Hi nun, 12 Uhr, wir nähern uns schon dem Ende des ersten halben Tages der Foskes-Konferenz, haben aber vorher hier auf jeden Fall noch einen sehr interessanten Vortrag, der ansteht. Das ist der Vortrag InkMap, eine Frontend-Lösung für den Kartendruck und den Vortrag wird Renata Müller von Camp2Camp halten. Wir haben dieses Mal auf jeden Fall auch wieder am Anschluss Zeit Fragen live zu beantworten. Das heißt, wenn Sie zuhören und Fragen haben, können Sie die Fragen gerne auch wieder in den Fragen-Chat stellen. Ja, ansonsten dann, bitteschön, der Vortrag kann losgehen. Guten Tag, mein Name ist Renata Müller. Ich präsentiere Ihnen heute InkMap, eine JavaScript-Library für das frontendseitige Drucken von Webkarten. Ich arbeite für Camp2Camp. Camp2Camp ist aktiv in der Entwicklung und Integration von Open-Source-Software mit etwa 110 Mitarbeitern, hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich. InkMap wurde von unseren Kollegen in Frankreich entwickelt. Ich werde zunächst erklären, warum eine neue Kartendruck-Library entwickelt wurde. Dann werde ich die eingesetzten Technologien vorstellen und wie diese zusammen funktionieren. Ich werde einen Überblick geben der Funktionalität mit einer kleinen Demo. Dann werden wir die Dokumentation ansehen und die API. Und am Schluss werde ich zwei ganz kleine Code-Beispiele zeigen, die illustrieren, wie man die Library anwendet. Warum eine neue Kartendruck-Library? Es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Webkarten zu drucken, entweder im Backend oder im Frontend. Backend-Lösungen haben den Vorteil, dass sie grosse Datenvolumen, zum Beispiel grosse Formate und oder grosse Auflösung, sehr gut verarbeiten können und die Performance nicht darunter leidet. Der Nachteil ist, dass unter Umständen das Bild auf dem Bildschirm nicht genauso aussieht, wie das gedruckte Bild. Ausserdem bringt man neue Komplexität ins Projekt, weil man einen Server benutzen muss und sich um die Verbindung zu diesem kümmern muss. Dann ist häufig die Gestaltung und das Styling vordefiniert, sodass man hier etwas in der Flexibilität eingeschränkt sein kann. Frontend-Lösungen hingegen sind sehr einfach einzubinden und What you see is what you get ist meist gut gegeben. Man muss einfach auf die Massstäbe aufpassen. Hingegen haben Frontend-Lösungen häufig Probleme mit grösserem Datenvolumen. Das kann zu Performance-Problemen führen und sogar die Antwortfähigkeit des Browsers beschränken. Und dann natürlich ist man im Browser immer abhängig von dessen Technologien und von der jeweiligen Version. Der Kunde, für den INC-MAP entwickelt wurde, ist das französische Umweltministerium, MTES. Sie haben ein eigenes Framework für die Entwicklung von Kartenapplikationen, das Descartes heisst. Descartes enthält eine Backend-Lösung für den Karten-Druck, die aber sehr unbefriedigend war und darum ersetzt werden sollte. Es bestanden folgende Wünsche an die Entwicklung. Eine große Flexibilität in der Gestaltung des Layouts. Dann sollte What you see is what you get garantiert sein. Die Performance sollte gut bleiben. Es sollte möglich sein, die Auflösung flexibel anzupassen. Ebenso soll man die Projektion anpassen können. Und sie wollten gerne von einer Backend-Lösung unabhängig werden. Dies ist eine Skizze der Anforderungen, die bestanden. Man sieht hier oben, dass das Format, also die Grösse des Bildes, die Auflösung und die Projektion, sollen angepasst werden können. Dann gibt es auf der Karte weitere Elemente, die flexibel angepasst werden sollen. Der Nordpfeil, ein Massstab und das Copyright. Hier soll es auch möglich sein, anzugeben, in welcher Ecke sich diese Elemente dann befinden. Und dann gibt es noch einige Elemente um die Karte herum, die auch eine flexible Anpassung verlangen. Aufgrund dieser Voraussetzungen wurde entschieden, aufgrund auch der Anforderungen, die Entwicklung teilweise direkt in der Karte zu machen und teilweise aber den Teil, der in der Karte ist, auch mit den Elementen, dem Norden, dem Massstab und dem Copyright, in eine neue externe Bibliothek zu verlagern, die dann weiterentwickelt werden kann und wiederverwendet. Es wurde daher die neue JavaScript-Library Inkbap entwickelt. Diese basiert auf neueren Web-Technologien. Eine davon ist der Service Worker. Der Service Worker hat den Zweck, den Browser-Tab nicht auszubremsen. Es handelt sich um ein Skript, das im Hintergrund in einem eigenständigen Dräte läuft. Er läuft sogar noch, wenn der Tab geschlossen wird. Der Service Worker kommuniziert über eine Schnittstelle mit dem Tab. Er macht es möglich, dass man mehrere Druckaufträge parallel verarbeiten kann. Und falls der Browser die Service Worker-Technologie noch nicht anbietet, ist in Inkbap eine Alternative, ein Fallback, implementiert, so dass das Drucken trotzdem noch funktioniert. Da man nun ausserhalb des Tabs die Karte rendern will, benutzt man die Offscreen-Kanals-Technologie. Diese ermöglicht ein Rendering der Karte, unabhängig vom Bildschirm. Die Kombination von Service Worker und Offscreen-Kanals ermöglicht eine recht gute Performance. Wenn man ein sehr grosses Dokument hat, zum Beispiel A0, und eine sehr hohe Auflösung von 300 dpi, braucht es etwa 10 bis 15 Minuten. Und in der Zwischenzeit bleibt der Browser bedienungsfähig. Jedoch, falls der Service Worker nicht zur Verfügung steht, funktioniert es trotzdem einigermassen gut. Weitere eingesetzte Technologien sind Open Layers. Open Layers wird für das Rendering benutzt. Es ist jedoch nicht zwingend für die Anzeige auf dem Bildschirm. Also auf dem Bildschirm könnte man auch etwas anderes benutzen, sofern die Standards übereinstimmen. Außerdem wurde das Geostyler-Format benutzt, als Standard für die Darstellung von WFS-Daten. Hier ein kleines Schema der Funktionsweise von IncMap. Wir haben ein Hauptprogramm, das im Browser-Tab läuft, und den Drucker, der im Service Worker läuft. Das Hauptprogramm sendet dem Drucker einen Druckauftrag und dieser sendet in regelmässigen Abständen den Status des Druckauftrages zurück. Der Printer generiert dann Open Layers-Ebenen ohne Karte und nutzt diese, um die Daten, die er braucht, zu holen und diese zu rendern. Ich werde jetzt eine ganz kleine Demo machen von ein paar Funktionalitäten von IncMap. Wir haben hier eine Karte, noch mit einem zusätzlichen Layer. Dieser soll einfach so, wie es ist, in ein Bild gedruckt werden. Hier sehen Sie die Print-Spec. Das ist die Spezifikation, die der Print-Funktion übergeben wird. Und diese muss alle Informationen enthalten, um das Bild zu drucken. Wir haben hier einmal die Auflösung, dann den Massstab, ob es einen gibt, in welcher Einheit und in welcher Ecke er sich befindet, ebenso, ob man einen Nordpfeil hat und ein Copyright. Dann muss die Projektion angegeben werden, die Grösse des Endbildes, das Zentrum der Karte und natürlich die Skala. Dann noch eine Spezifikation für jeden Layer, der dargestellt wird. Und diese unterscheiden sich ein bisschen je nach Layer-Typ. In dieser kleinen Beispiel-Applikation kann man nun einige von diesen Parametern auswählen. Zum Beispiel die Auflösung, die Position des Massstabs, des Nordens und der Attributions. Andere sind direkt berechnet aus der Karte. Zum Beispiel hier die Grösse. Man will genau die gleiche Grösse, wie hier dargestellt. Und die Skala. Hier haben wir noch einen Fortschrittsbalken, um den Fortschritt des Druckvorganges darzustellen. Wenn ich jetzt hier drucke, kann man den Fortschritt sehen und bekommt dann das gewünschte Bild mit den gewünschten Elementen in den verschiedenen Ecken des Bildes. Dann ist hier auch noch implementiert die Möglichkeit, einen Druckauftrag zu stoppen. Zum Beispiel, wenn er zu lange dauert. Und dies zeigt sich auch im Druckfortschritt. Den oberen Teil der Funktionen hier habe ich in der Demo kurz gezeigt. In der Dokumentation sind noch ein paar Sachen mehr beschrieben. Wichtig ist die Möglichkeit, mehrere Druckaufträge parallel auszuführen und auch deren Status anzuzeigen. Dann gibt es ein Beispiel zur PDF-Generierung. Dies ist zwar nicht Teil direkt von INCMAP, wird aber häufig dann gebraucht. Und es gibt noch ein Beispiel zur Fehlerbehandlung. Die im Moment unterstützten Formate sind XYZ, WMS, WMTS und WFS. Das ist sicher noch erweiterbar. INCMAP ist eine Open-Source-Library. Sie ist auf GitHub publiziert. Sie ist noch ganz neu und unvollständig. Es gibt hier noch viel Entwicklungspotenzial. Und die Idee ist, dass sich jetzt jeder die Library so anpasst, wie er sie für seine Bedürfnisse braucht und damit zur Weiterentwicklung beiträgt. Bis jetzt war die Entwicklung vor allem an den Anforderungen von diesem einen Kunden ausgerichtet, was eine etwas einseitige Sicht darauf gibt. Deshalb ist Feedback zu weiteren Use-Cases sehr willkommen. In der Dokumentation gibt es einen ersten Abschnitt Usage. Dieser erklärt, wie man die Library einbindet. Es handelt sich um ein NTM-Package. Und auch, wie man den Service-Worker einbindet, der noch separat mitgeliefert werden muss. Dies ergibt leider noch einen kleinen Zusatzaufwand. Dann ist die API beschrieben. Zunächst die Funktionen. Sie sehen, das sind nicht sehr viele. Es ist relativ einfach. Es gibt natürlich eine Print-Methode. Dieser wird die Spezifikation übergeben. Und man bekommt einen Blob für das Bild zurück. Als Alternative dazu gibt es Q-Print, dem man ebenfalls die Print-Spezifikation übergibt, die jedoch eine Job-ID zurückgibt. Mit dieser Job-ID kann man Get-Job-Status aufrufen und bekommt dann ein Observable-Print-Status-Objekt. Dann gibt es die Methode Download-Blob, mit der man den Image-Blob in ein Bild, eine Bilddatei herunterladen kann. Für das Stoppen eines Druckauftrages gibt es die Methode Cancel-Job und dann noch, wenn man eine neue Projektion registrieren will, Register-Projection. Dann gibt es die Spezifikationen der Objekte. Einmal der Projection-Definition, des Print-Status und natürlich der Print-Spec. Das ist das Umfangreichste und enthält auch noch ziemlich detailliertere Angaben zu den verschiedenen Layer-Typen. Ebenfalls auf der Dokumentationsseite auf GitHub findet sich der Link zu einer Demoseite. Dort gibt es mehrere Code-Beispiele, wo man direkt die Funktionalitäten ausprobieren kann, aber eben auch den Code sieht, der dahinter steht. Zwei dieser Code-Beispiele möchte ich hier zeigen oder Ausschnitte davon. Das erste ist das einfache Drucken, wo man einfach auf einen Knopf drückt und ein Bild druckt. Hierzu braucht man aus Inkmap die Methoden Print und Download Blob. Es gibt hier einen Spinner auf dem Knopf, der wird am Anfang angezeigt. Dann wird die Methode Print aufgerufen mit der Spezifikation und irgendwann bekommt man ein Blob des Bildes zurück. Dann wird der Spinner wieder abgeschalten und man kann mit der Methode Download Blob den Blob in eine PNG-Datei herunterladen. Das zweite Beispiel zeigt, wie man auch den Status des Druckauftrages anzeigt. Hierzu benötigt man statt Print die Methode QPrint und zusätzlich die Methode Get-Job-Status. In diesem Fall haben wir einen Anzeigebalken, bei dem der Progress anfangs auf 0 gesetzt hat. Progress ist zwischen 0 und 1. Das heisst, bei 1 ist der Druckauftrag erledigt und kann dann heruntergeladen werden. Dann wird in diesem Fall QPrint mit der Spezifikation aufgerufen. Man bekommt eine Job-ID zurück. Mit der Job-ID kann man mit Job-Status aufrufen, um ein Print-Status-Objekt zu bekommen, das man dann beobachten kann und laufend den Progress in der Statusbar anpassen kann. Wenn Progress dann auf 1 ist, kann man wiederum mit Download Blob den Bild-Blob in eine PMG-Datei herunterladen. Wir haben gesehen, dass Inkmap eine relativ unkomplizierte Lösung bietet für das Drucken von Webkarten. Die API ist ziemlich einfach zu benutzen. Es ist eine gute Performance gegeben und es ist auch möglich, Parallelaufträge auszuführen. Und What you see is what you get ist gut gegeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen mehr Code gesehen als nur bei den Beispielen davor mit Open Layers, was alles geht und kann sich ein bisschen vorstellen, wie das Ganze auch im Hintergrund aussieht und funktioniert. Wir haben eine öffentliche Frage. Es ist auch noch Zeit, ein, zwei mehr zu stellen. Also falls noch irgendwer ein Fragezeichen über dem Kopf schweben hat. Ich könnte jetzt was eintippen. Die eine Frage, die wir bisher haben, lautet, würde es funktionieren, wenn das Kartenbild mit Leafjets erstellt wird, aber zum Drucken, müsste man dann trotzdem zum Drucken Open Layers einsetzen? Ja, also das würde funktionieren mit Leaflets. Aber Inkmap benutzt dann automatisch Open Layers für das Rendering. Also man muss einfach die Spezifikation dann entsprechend ausfüllen. Aber wie das auf dem Bildschirm dargestellt wird, das spielt keine Rolle, ob das Leaflets ist. Okay, das heißt, das war mir dann auch nicht so klar in dem Vortrag geworden. Man muss das zweimal quasi konfigurieren, die Karte. Einmal für den Browser und einmal für den Druck. Oder übernimmt das Inkscape das Ding, die Open Layers Konfiguration, wenn ich es eh im Browser benutze? Nein, also Sie müssen quasi aus dem, was Sie im Browser haben, die Spezifikation dann entsprechend gleich anpassen. Ja, okay, gut. Dann erklärt das natürlich auch sehr gut. Warum es auch mit Leafjet und vielleicht sogar anderen Bibliotheken dann eben funktionieren würde, natürlich. Okay. Mir war noch eine Frage aufgefallen. Das geht wahrscheinlich dann in die Richtung, mir eine Frage eingefallen, in die Richtung weitere Spezifikationen. Das ist ja ein Projekt, was noch relativ weit am Anfang ist, so habe ich es verstanden. Und wird sicherlich noch weiterentwickelt werden. Wie ist denn das aktuell mit Informationen rund um die Karte herum, die ich gedruckt haben möchte? Also ich kenne das aus den Projekten, dass die Leute gerne eine Überschrift eingeben, vielleicht Anmerkungsfelder haben, dass ein Impressum angegeben werden kann, eine Legende und all solche Geschichten. Ist sowas schon da oder gibt es da schon Ideen für? Das ist eben nicht da, sondern es ist wirklich, Inkmap übernimmt nur den Teil, der wirklich auf der Karte selbst ist. Und wenn man es dann in ein PDF zum Beispiel integrieren möchte, dann müsste man die Sachen rundherum noch dazu bauen. Also es ist eigentlich in diesem Projekt dann in dieser Deckardt-Library dann dieser Teil gemacht worden. Also man wollte sich bei Inkmap nur auf das Kartenbild konzentrieren. Also Inkmap macht das Kartenbild als PNG oder was auch immer, Rasterbild. Genau, ja. Und das PDF ist dann wieder eine andere Bibliothek und da könnte man dann halt logischerweise noch andere Elemente integrieren. Ja, genau. Und so ist auch die Idee von Architektur, dass es so bleibt prinzipiell. Genau, ja. Und man jetzt da nicht noch viel mehr in das Inkmap reinbaut, was woanders ja sowieso schon geht. Ja. Alles klar, Dankeschön. Dann ist noch eine neue Frage aufgetaucht. Das freut mich auch. Zwei Fragen. Was passiert, wenn ein Webmap-Service nicht die geforderte Auflösung liefern kann? DIN A0 mit 300 dpi. Das ist immer ein Druckproblem. Das kenne ich auch, ja. Webmaps. Also da liegt man dann ja unter Umständen eine Fehlermeldung und gar nicht mal mehr ein Rasterbild, sondern irgendwie ein XML und sagt, tut mir leid, will ich nicht. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja gut, wahrscheinlich, wenn das eine Projektentwicklung ist, dann ist wahrscheinlich auch das Inkmap auf die Webmap-Service abgestimmt, die dahinter stehen. Und das müsste man dann wahrscheinlich mal abfangen, ja. Mal durchtesten und abfangen. Okay. Dann sogar noch eine dritte Frage. Könnte es durch dieses Verfahren möglich sein, auch Adobe Illustrator-Dateien ausgeben zu lassen? Da geht es jetzt in die proprietären Formate, wenn ich das richtig verstehe. Da bin ich gespannt, ob wir eine Antwort kriegen. Nein, ich denke nicht. im Moment ist es einfach PNG oder es kommt einfach ein Bild und alles andere muss man dann selber. Ach so, jetzt verstehe ich die Frage auch erst ehrlich gesagt richtig. Also das soll nicht PNG rauskommen, sondern Adobe Illustrator als Format. Ja. Ja, das stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor. Ja. Vielleicht die PDF-Variante, die man nach Illustrator importiert, aber dann eben auch nur die Rasterbilder drin hat. Okay. Ah, noch eine Frage. Das ist doch schön. Was ist außer PNG möglich? Geo, TIFF, TIFF, JPEG als Ausgabeformat. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Also kein Stress, weil jetzt eine Frage nicht beantwortet werden kann. Dann können wir das ja auch noch im Nachgang klären. Die Kontaktdaten sind ja vorhanden. Genau. Und dann entweder nochmal im Chat in der Netzwerkwelt oder durch eine E-Mail oder sonst was. Aber es ist schon eine interessante Frage. Da würde ich dann an deiner Stelle schon nochmal nachgehen. Da sind immerhin fünf Worts im Gegensatz zu all den anderen Fragen von den Leuten, die das interessiert. Ja. Gut. Also wie gesagt, einfach nochmal. Interessiert, nicht rauszukriegen, was geht. Die, die das interessiert, sprechen dann die Renata nochmal. Irgendwie direkt an, auf dem einen oder anderen Kanal. Die, die das interessiert, sprechen dann die Ereignisse. 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 Untertitelung des ZDF, 2020